Willkommen beim Taubensimulator, nein, wir müssen Tauben finden, ne, also keine Taubenleute, sondern das Tier Taube und die irgendwie freilassen oder so, irgendwie sowas. Und heute spielen wir wieder den Medic, weil Medic ist ne tolle Sache und wir werden ein bisschen sweepern. Sweepern, eingetragenes Markenzeichen. Und denn wir spielen die Sweeper. Und die Sweeper ist das Besondere daran, dass an der Medicwaffe, das ist die einzige Selbstlader-Medicwaffe, mit dir automatisch selber schießt, ohne dass du immer wieder klicken musst, also ich kann durchdrücken. Ist aber auch so ne Hassliebe, also es gibt Leute, die mögen die total, es gibt Leute, die verpönen auch andere Menschen, die diese Waffe benutzen, hab ich mitbekommen. Irgendwie ist das dann ne Art von Lame, Lameigkeit, kann man das so sagen. Oh Mann, ich rote dich, hier Heilung für alle, Leute. Aber ich spiel die persönlich gerne, ich find die gar nicht lame. Was macht der denn da? Lebt der? Macht der da ne Pause? Haben wir die Taube eigentlich gefunden? Wo ist denn die? Warum hab ich ein Taubensymbol auf mir? Hab ich die Taube? Ich schreib ne Nachricht. Aber ich kann noch gar nicht schreiben. Mann, die wissen doch, wissen die nicht, dass ich nicht schreiben kann. Komm, wir campen hier, Leute. Richtig lame. Nein. Ich war doch am Schreiben. Wie soll ich denn, wie soll ich denn gleichzeitig einen Brief schreiben und schießen? Ein Ding der Unmöglichkeit. Alles ein Ding der Unmöglichkeit. Das hab ich nicht verstanden. Wir schreiben da unten aber noch. Wie komm ich denn da wieder hin? Also so als Info für mich selber. Ich mach meinen Job gut. Ich hol die Leute hier immer wieder. Wenn einer hier ein guter Medic ist, dank ich. Hier, Granate. Hab dich. Ha! Sweeper sei Dank. Oh, ich glaub ich... Da unten war noch einer. Den hätt ich gern geholt. Wir haben die Taube gebrochen. Wie zur Hölle kommen wir nochmal? Ich bin noch hier lang. Und dann hier rein, oder? Ja, hier bin ich richtig. Hier kommen wir wieder zur Taube. Hey, Kollegin. Aua. Nicht die Gasmaske auf. Ich sollte... Ich wollte den Medic werfen. Ich wollte den Medic werfen. Direkt einfach. Hallo? Au, 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 au. Gas, Gas. Heilung, Heilung. Haben wir die Taube jetzt noch, oder was? Ich bin verwirrt. Dinge, die ich nicht weiß, ob wir die Taube haben, oder nicht. Aber wir haben es immer geschafft, oder? Ich spiel den Modus das erste Mal. Also diesen Taube-Bergen-Modus. Ich spiel den wirklich das erste Mal, deswegen... Bin ich ein bisschen verwirrt, in der Hinsicht. Eine Taube wurde geortet. Eine Taube wurde geortet. Ja, lass direkt nur frei. Dann kann ich dich auch nicht retten, ne? Immer mal so. Yo. Na, come on. Come on. Wir haben die Taube gemacht. Ah. Heilung. Rettung, Rettung. Oh lol, ich hab ihn direkt erwischt. Oh mein Gott, ich hab ihm direkt einen Schock gegeben. Wie viel Glück ich hatte. Das nennt ich mal Lack. Oh ja, das ist genau... Das ist genau dann frei, wenn ich da bin. Was soll denn das schon wieder? Wir campen die auf der Mauer. Was soll das denn? Ich mach mal einen Medicjob, okay? Ich mach ihn. Obwohl ich die Waffe wechseln soll. Eine Waffe, die ich noch gut finde beim Sanitäter, ist der Selbstlader 825 erweitert. Ich find die auch richtig toll. Ist Geschmackssache, aber ich find die super. Ja, wer ist da wieder am Schreiben? Aber diesmal ein Gegner. Ich bin Gegner-Schreiben. Ich glaub, ich geh untenrum. Und dann rechts. Ich kenn die Wege hier nicht komplett auswendig. Das ist mein Problem. Hopp, raus hier. Du Lack-Snecken. Du blockst. So, Medic ist da, Leute. Keine Panik. Hier, Heilung für alle. Kollege. Ach, der ist noch voll da. Ah! Der braucht keinen, den nicht wiederbeleben. Oh, Shitty. Oh, Shitty. Oh, Shitty. Ich könnte da nicht zu ihm hin, weil er alles voller Gas war. Hört auf, immer Granaten auf mich zu werfen. Aber man reicht's mir auch. Was ist der Typ noch? Der Feind hat die Taube. Wir haben eine Taube. Störbtaube. Okay, sie ist, glaub ich, weg. Dammit. Eine Taube weniger. Ich glaub, da wird nix draus, dass der Granaten ist. Wer hat da geschossen auf mich? Ich hab ihn noch. Ich hab ihn noch. Alles easy. Alles easy. Ah. Taube geordnet. Jetzt müssen wir da auch mal hin. Wir brauchen die Taube. Sonst wird das nix. Ah. Ich bin nicht der beste Taubenfänger. Das muss ich dir ehrlich zugeben. Wieso? Wieso? Das spaw ich halt random. Das spaw ich immer außerhalb der Kack-Mauern. Nervig, nervig. Ist die da unten drin, ne? Oh, ich komme. Hier ist überall Gas. So. So. So, liebe Taube. Oh, shit. Die haben meine Mauer einfach weggemacht. Ich hab Angst, dass jemand von hier kommt. Ist ja alles easy. Ey, ich muss mich hier nur halten, ne? Ey, ich muss mich hier nur halten, bis ich den Brief geschrieben hab. Leute, ich hab die Taube. Du musst mich gut verteidigen. Ich glaub, die kommen hier nicht rein, ne? Wir verteidigen sehr gut. Oh, wir schreiben aber schnell. Da gehen mehrere jetzt an den Brief. Jetzt wird geschrieben, Alter. Diktat. Ein Diktat hier. Manchmal hab ich richtig so einen Schreibefluss. Dann weiß man immer so, das, was ich schreibe, muss im Freien sein. Na, kacke. Leute, ich muss die Taube freilassen. Leute, es führt keinen Weg darum, ne? Wir müssen, ich muss die Taube freilassen. Auf geht's. Hier, Taube. Flieg. Flieg um dein verdammtes Leben. Ja. Taube. Kein Ding, Mann. Ich hab geschrieben wie ein Verrückter. Richtiges Diktat. Artillerie, was? Oh, lol. Ja, Feind getroffen. Ja, nice. Da hab ich mal wieder eine gute Tat vollbracht, Leute. Ich bin richtig zufrieden. Ich glaub, da sind Leute oben. Aua. Guck mal eben, Heilung. Ich glaub, ich wechsle die Waffe. Da komm ich wieder mit nichts klar. Weil ich find, die erweitert eigentlich am besten, oder? Die ist ja nicht so mega geil eigentlich. Meisterschütze. Oder soll ich mal Dings spielen? Sturmsoldat oder so. Hm. Ne, ich spiel Medic weiter. Nur weißt du überhaupt nicht, mit welcher Waffe. Ich kann mich da irgendwie nie entscheiden. So viele tolle Waffen. Die Mondragorn zum Beispiel. Hab ich auch ultra gern gespielt. Ich nehm doch mal erweitert. Nicht aufgeben, nur weil ich keinen Aim hab. So, wo ist jetzt die Taube? Hallo? Ich bin erster. Aua. Kann auch mir weh zu tun. Taube geortet. Ja, wo? Irgendwo da hinten rechts, oder was? Oh Mann. Ah! Oh, das ist ein Kollege. Ich krieg erst mal voll Angst. Mann! Das sind so viele Leute. Und er holt mich weg. Obwohl ich sogar noch hinter nem Kollegen stand. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Ich glaub, ich nehm wieder die Sweeper. Ah, die ist auf Distanz eigentlich voll kacke. Ah, ich glaub ich ne. Ja, ja. Doch. Doch. Martin Henry hier. Vor allem wegen den ganzen Leuten auf der blöden Mauer. Geben mir richtig auf den Sack, ne? Da oben ist er am Schreiben. Ja, da oben ist er am Schreiben. Ich seh ihn nur leider nicht. Aua. Mann! Hört doch auf mich abzuschießen! Ich schaff das schon noch, Leute. Ich muss mir nur eine Chance geben. Ich versuch eigentlich an die Taube zu kommen. Ich glaub die ist unsere, ne? Ah, die ist schon weg. Aua, aua. Warum werd immer ich abgeschossen? Kann mir jetzt mal einer verraten? Na, da kommt da einer hoch. Und das ist doch im Urin. Oh! Natürlich! Natürlich steh ich doch durch eine Handgranate. Warum nicht? Ich bin ja nur da oben irgendwo auf dem Berg. Das ist doch nicht normal. Haben wir die Taube? Oh, wir haben noch eine 2 zu 1. Tauben FTV. Tauben FTV. Taubenkrieg. Taubenkrieg. Hallo? Keiner da, oder wat? Hab dich da, du bist. Da, du bist. Ein bisschen Angst gerade. Eine Taube wurde geortet. Eine Taube wurde geortet. Sogar hier irgendwo bei mir, ne? Taube, ich komme! Ich hab sie. Ich schreib ne Nachricht. Hallo, liebe Artillerie. Ich habe eine Taube. Ich geh mal wieder hier runter. Ciao! Ich mag das hier unten. Da kann man echt gut fighten. Finde ich. Persönlich. No hate. Los Leute, jetzt müssen wir ihn nur verteidigen. Jetzt schreibe ich wieder richtig schnell. Jetzt fällt es mir wieder ein. Nein! Ah, da war noch einer. Das war noch einer. Da war leider noch einer. Okay, das ist... Das ist jetzt ein Problem. Leute! Holt die Taube zurück! Glaub ich es nicht. Als ob ich ihn nicht erwischt hab. Okay. Was ist los? Wer schießt denn da? Wer schießt denn da? Ich seh nicht mal, wer hier auf mich geschossen hat. Ich treff nicht mal stehende Ziele. Ich bin so schlecht. Keine Ahnung. Heute geht's gar nicht. Heute krieg ich nichts gemacht. Ich ziel immer genau neben den Gegner. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Das ist echt nicht normal eigentlich. Oh Mann. Voll, jetzt hat der Feind die Taube. Jetzt schützt es 2 zu 2. Du blöd Mann da hinten. Und den hab ich getroffen, meiner Meinung nach. Sichtungsbonus. Ja immerhin. Na? Wo ist denn da hin? Hey, was ist denn los? Ich weine grad innerlich, ne? Zeig euch nur nicht. Was ist los mit mir? Ich verstehe es selber nicht. Was los mit mir ist. Der Feind die Taube geborgen. Vielleicht will ich das Visier ändern. Keine Ahnung. Vielleicht hilft das ja hier. Was macht man hier eigentlich? Macht man da einfach? Oder so? Oder zweifach? Das ist auch so ein Ding, was ich nie weiß. Von der Erste bin ich auch mal ein bisschen blöd. Aber das Visier ist eigentlich richtig tief. Egal. Vielleicht klappt das ja dann besser. Vielleicht aber auch nicht. Wir haben die Taube. Gut. Meine Nase juckt. Supergeile Sache. Wir haben die Taube und meine Nase juckt. Zwei Dinge, die richtig toll sind. Nicht. Oh. Aber nur getroffen. Da. Geht doch. Den haben wir. Noch einen. Ja, geht doch. Ah. Geh weg, Mann. Lebt der noch? Nee, ist der Tote, ne? Wollte schon sagen. Wo ist der jetzt hin? Hallo? Ja. Na ja. Du stehst da so doof hinter. Wo? Wo? Ach, von hinten. Ja, das war's. Wir haben verloren. Gut gemacht. Richtig toll gemacht. Die Taube hat die Nachricht des Feindes zugestellt. Ich liebe das. Ich glaube, ich wechsle die Waffe. Ich gehe jetzt Sturmsoldat. Ja. Ich gehe jetzt Sturmsoldat. Ist mir zu doof. Ist mir zu doof. Ich gehe jetzt einfach Sturmsoldat. Genau. Da bin ich schon Sturmsoldat. Und habe überlebt. Und da kommt noch einer. Da kommt einfach noch einer hinterher. Da kommt einfach noch einer hinterher. Ich kriege zu viel. Acht sind zehn. Nur am Sterben und daneben schießen gefühlt. Das kann nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Wo ist der Typ hin? War noch einer? Ah, geht doch. Wie sollen wir die Taube verloren? Wo ist denn die? Kann man eine Taube verlieren? Ich weiß gerade nicht, wo wir die wiederfinden. Das ist das Problem. Hier sind überall Gegner gefühlt. Na. Da sind Kollegen, Kollegen. Taube. So, jetzt aber hinter. Jetzt wieder hinter. So, danke. Ich habe die Taube. Jetzt wieder an meinen Lieblingsplatz. Diesmal habe ich auch eine Nahkampfwaffel. Dann kann ich hier am besten, noch besser verteidigen. Weg mit dir. So geht das nicht. Wieso guckst du nicht um die Ecke? Egal. Du guckst hier, ne, Kollege? Oh. Schreib einfach weiter. Einfach schreiben. Lass die Muse einfach durch dich durchfließen. Ich glaube, es ist schon richtig wild. Das ist richtig, richtig. Ich muss hier durch. Ich komme. Taube, du bist frei. Flick, Toyplein. So. Wunderbar. Richtig schöne Taube. Freut mich richtig, dass die existiert. Das geht mit der Kills. Alter, ja. Nein, ich habe die nicht gesehen. Weil ich so geil fand, dass die Artillerie Leute tötet. Habe ich das komplett ignoriert. Was jetzt gerade geschehen ist. Eines Taube. So. Wir müssen zur Taube. Wir müssen wieder zur Taube. Los, los, los. Zur Taube. Ja. Wir haben die Taube gebaut. Und runter. Aua, bin ich hier rumgeflippt, Alter. Schreib wie ein Wilder. Schreib so, wie du noch nie geschrieben hast, Junge. Bester Spot hier unten. Der ist richtig nice, oder? Nein! Was für ein Jumpscare, Alter. Du blöd Mann. Hör auf zu schreiben. Du kannst nicht schreiben. Du bist ein Gegner. Gegner können nicht schreiben. Boah, natürlich spawne ich hier im Arsch der Welt, ey. Los, Leute. Ich muss da hin. Ich muss zu dem Typen, ne? Das ist unsere einzige Hoffnung, den zu töten. Alter, kann ich nicht zielen, oder was? Ich glaube, ich nehme jetzt gleich auch die Automatiko. Ist mir egal. Automatiko, wo bist du? Automatiko, was nehme ich da mal? Ich glaube, ich nehme Werk, ne? Wobei, ich schieße so viel aus der Hüfte. Mache ich mal graben. Weil ich so der Hüftschießer bin oft. Ah, los jetzt. Eine Taube noch. Und die sind wieder am Schreiben, die Gegner. Das kann doch nicht wahr sein. Hopp, hopp. Rum, rum. Volle Fahrt. Wir verlieren gerade. GG, wir haben verloren. Ohne Witz, ey. So oft habe ich die scheiß Taube gehabt. Und wenigstens versucht, die scheiße hier zu machen, ja? Aber was macht unser Team? Mich im Stich lassen, ne? Die müssen einfach rauf, da. Ich bin der Einzige, der hat immer vorgestopptes Gefühl. Das macht mich jetzt echt traurig, ne? 25, 15. Wow. Wow. Richtig scheiße. Hm? Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht von meinem Team. Ja. Ja, ich war der Taubenflüsterer, ja? Nicht so wie die anderen. Und Snipern muss ich noch üben. Snipern muss ich noch üben, ey. Wenigstens ein Battlepack. Wenigstens ein Battlepack. Aber Snipern muss ich echt noch üben. Wie ich mit der Martin Henry ab und an da gezielt habe. Boah. Geht gar nicht. Wirklich. Das ist echt grausam gewesen. Wird beendet. Beende schneller. Vielleicht. Die Leute warten, dass ich das eine Battlepack öffne. Was ich bekommen habe. Ich habe immer das Gefühl, Battlefield ist sehr langsam, was das angeht. Wenn ich irgendwie das Spiel schließen will oder beenden. 100 Jahre. 100 Jahre, bis irgendwas passiert. Dann habe ich auch nur Schwarzbild. Das ganze Elend. Also von 0 bis Scheiße. Alles dabei. So. Erstmal Kriegstauben. Finde ich eigentlich den Modus ganz lustig. Wenn ich nicht der Einzige wäre, der irgendwie gefühlt eine Taube versucht hat zu retten. Und zu holen. Und zu schreiben. Ich kann nicht mal schreiben. Ah. Oh. Eine weiße Waffe. Danke dafür. Richtig geil. Was gab es jetzt in den Battlepacks? Der deutsche Kaiser. Skünfegewehr. 98. Der Mexikaner. Montragon. Atelierwagen. Schrofflinde. Eigentlich ganz cool so ein paar. Naja. Wir sehen uns in der anderen Folge wieder. Danke fürs Zusehen. Das war das eine tolle Battlepack, was ich hatte. Und bis zu einer anderen Folge. Ciao. Tschau. Ciao. .